Ein Pärchen Da geht noch vorbei ein Pärchen und denkt sie, ja, mich geht das nichts an, ich muss nicht einschreiten, ja. Ich finde das sehr, sehr traurig, dass da kaum jemand reagiert hat, dass heutzutage die Leute so ängstlich sind. Wahrscheinlich bis selber betroffen sind. Hallo liebe Kampfkundsfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Mare. Ich habe gerade ein Video zugeschickt bekommen und da habe ich mir gedacht, da muss ich unbedingt, aber unbedingt auf dieses Video reagieren und euch zeigen, wie feige und nicht hilfsbereit viele oder der Großteil der Menschen sind, ja. In den letzten Tagen ist es auch irgendwie ziemlich spannend, ja, weil es ist immer noch nicht klar, wer der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Ich habe meinen Favoriten und hoffe auch, dass das der Richtige wird. Das ist auf keinen Fall dieser demente alte Sack, aber ihr wisst sicher, für wen ich favorisiere und ich hoffe, dass es auch so kommt. Und sehr viele Leute haben mir letzte Zeit auch geschrieben und mich gefragt, dass sie sich das auch wünschen, weil die hoffen, indem Trump gewinnt, dass irgendwie so quasi eine Befreiung von diesen Globalisten, von diesen Satanisten, von diesem ganzen Unterdrück und Versklavung und so weiter, das ist irgendwie so. Manchmal kommt mir das so vor, als wäre das die letzte Hoffnung noch, die Leute, die sich an den letzten Strohhalm noch halten, ja. Und ich hoffe, dass es auch so kommt, weil, ja, wie auch immer. Ich wollte euch nur sagen, dass die Fass wieder ausverkauft sind. Diese Produkte gehen so gut, das ist die Variante aus Buche, das ist die aus Nuss, das ist die exklusivere Variante. Und wie ich euch schon gesagt habe, viele Fragen, was man damit genau machen kann. Erstens einmal kannst du damit super trainieren, ja, das ist wie ein Karambit fürs Training, um zu schneiden. Die ganze Techniken, wie du mit Messer umgessst oder Karambit, hast du in den 2.0 Kurs oder in den Messerkurs. Das ist dafür da, dass du lernst, mit Messer umzugehen, mit Waffen umzugehen. Das ist sehr, sehr wichtig heutzutage, dass nein, nicht ganz sicher irgendwelche Entwaffnungen trainieren, die eh nicht funktionieren oder 97% nicht funktionieren werden, sondern der richtige Umgang. Und dadurch, dass du mit Waffen trainierst, lernst du auch richtig deine Bodymechanik benutzen, anwenden, ohne irgendein Schickimicki, einfach schnell rein, wie ein Bulldozer, ja. Das ist mir sehr wichtig. Und ja, jetzt fangen wir mit dem Video an. Das heißt, wir schauen uns jetzt zusammen ein paar Videos an. Das ist so ein Experiment, wo ein Mädchen auf der Hauptstrasse, nicht irgendwo im Wald oder im Park, auf der Hauptstrasse, frektentierte Hauptstrasse, wird entführt von irgendeinem Mann, wird sie einfach auf die Seite weggeschleppt, festgehalten, am Mund gepackt und einfach irgendwo in eine dunkle Gasse geschleppt. Und jetzt schau dir das an, wie die Leute reagieren, gehen wir einem nach dem anderen wandern und sagt, wenn du wegschaust, bist du auch nicht besser als diese Monster, ja. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Habt ihr gesehen? Das erste Video, da ist eine Frau mit Maske in Gegenrichtung gekommen. Da kommt ein Mann, greift das Kind und läuft in diese dunkle Gasse oder wie auch immer rein. Die Frau schaut nur ganz wenig und so total unbeeindruckt geht sie einfach weiter. Hauptsache sie hat sich von Corona geschützt und trägt sie draußen auf der Strasse Maske. Dass da irgendein Kind entfülle von irgendeinem scheiß Pädophilen, das ist ihr egal. Jetzt gehen wir weiter. Das regt mich so auf immer, wenn ich sowas sehe. Ach ja Leute, falls ihr fragt, warum ich eine Kappe habe, ich kann meine andere Kappe nicht finden wieder. Und mir stehen die Haare so komisch und deshalb habe ich diese Winterkappe angezogen. Das habe ich noch früher getragen, noch wie ich unterrichtet habe in Österreich. Das habe ich von meinem Chefinstrukt aus England bekommen. Aber ja, jetzt schauen wir uns das weiter an. Jetzt sehen wir, dass es wieder genau dasselbe macht. Da sind im Bild zwei Männer und zwei Frauen. Und schaut euch, dieser einer noch, wie bescheuert der noch grinst, als wäre das... Wahnsinn, schaut euch das an. Schau, jetzt nimmt er den Jungen. Der einer mit dem Handy, der schaut nur so, aber ist egal, der Telefon ist wichtiger. Und schaut jetzt den Typen mit den Brillen, dieser bescheuert. Oh, ich kann mich, ich will mich gar nicht ausdrücken so öffentlich, was ich davon halte. Noch geht er mit den zwei Frauen und lacht er noch, hey, schau, da ist ein Kind entführt worden. Ich weiß nicht, Leute, checkt ihr überhaupt, was da passiert? Manchmal ist mir das wie, als wäre ich in irgendeinem falschen Film. Ich habe in meinem Leben schon einigen Leuten geholfen und dadurch habe ich mich auch in Schwierigkeiten beziehungsweise in Gefahr irgendwie hineingegeben, ja, dadurch, dass ich nicht weggeschaut habe und habe ich anderen Leuten geholfen, vor allem Frauen, ja. Und die gehen einfach vorbei, als wäre... Du kannst, du musst nicht einschreiten, wenn du Angst hast. Dann ruf wenigstens die Polizei, ruf um die Hilfe. Versuch andere Leute zu organisieren, wenn du Angst hast. Geh sie zusammen hin. Weil genau dasselbe könnte deinem Kind passieren. Und dann wärst du auch froh, wenn nicht alle wegschauen und das noch lustig finden, sondern, dass sie helfen und die Zivilcourage zeigen, ja. Zivilcourage wird groß geschrieben, klein betrieben, wie ich schon oft gesagt habe. Ja, jetzt schauen wir weiter. Wahnsinn, jetzt da zum Beispiel. Dieser Junge schaut wieder nur ins Handy. Dieser Typ da mit der roten Tasche, der schaut nur kurz hin und geht aber weiter, aber danach versucht er, auch das ist Hilfe, danach versucht er wenigstens den Jungen mit dem Handy, zu sagen, er soll einmal hingehen und schauen, was ich da tue. Da geht noch vorbei ein Pärchen und denkt sich, ja, mich geht das nichts an, ich muss nicht einschreiten, ja. Ich finde das sehr, sehr traurig, dass da kaum jemand reagiert hat. Ich habe auch andere Videos gesehen schon, Facebook und YouTube. Da werden auch so Frauen einfach in den Koffer angeschlägt. Kaum irgendeiner reagiert, bis auf ein paar Ausnahmen. Leider sind das sehr wenige Ausnahmen. Und das finde ich sehr traurig, dass heutzutage die Leute so ängstlich sind. Die haben Angst vor allem, Angst einzuschreiten, Angst zu helfen, egal wie, sogar Angst, wahrscheinlich Handy zu nehmen und einzuschreiten, ja. Wahrscheinlich bis selber betroffen sind. Das ist so wie bei dieser ganzen Politik, nehme ich an. Ja, solange die nicht, erst dann werden es wahrscheinlich die Leute endlich aufwachen und merken, dass sie von vorne und hinten verarscht werden, wenn das schon richtig an das eigene Geldbeutel geht, ja. Und wenn schon da auch die Freiheiten schon richtig so eingeschickt werden, dass es wahrscheinlich die Leute schon in den Wohnungen kontrolliert werden, ob du auch in der Wohnung oder unter der Duschmaske trägst oder ich weiß, in welche Richtung sich das noch steigert. Erst dann wahrscheinlich wachen die Leute, obwohl ich glaube, nicht einmal dann. Manche Leute sind so geblendet, solche Schläfer, solche Schafe und Marionetten, dass es gar nicht mehr normal ist, ja. Aber trotzdem, Gott sei Dank gibt es noch Leute, die auch Rückgrat haben, die Charakter haben und die sich trauen, auch anderen Menschen zu helfen und schauen die nicht weg. In dieser ganzen Zeit, wo du jetzt nicht trainieren gehen kannst, in einer Schule oder wie haben wir, trainiert sie auch zu Hause. Man merkt, es wird irgendwie immer bescheueter, die Leute werden immer aggressiver, bewaffnen sich und so weiter. Trainiert, trainiert, trainiert. Wenigstens, mach Liegestütze, trainiert am Sunsack. Du hast die Online-Kurse jetzt sogar auch als Abo, hast du über 20 Stunden Trainingsmöglichkeiten und alles Mögliche, dann auch in monatlichen Dingen kannst du das abzahlen, ja. Oder nimmst du einfach nur den Messerkurs oder den 2.0, das hat sich das Wichtigste und ist es sehr günstig. Mehr kann ich euch auch nicht anbieten. Für nächstes Jahr haben sich schon sehr viele Leute fürs private Training angemeldet. Einige jetzt sogar für mehr als einen Monat und so weiter. Das ist schon ein Wahnsinn. Da hat man selbstverständlich auch mehr Zeit fürs Training, Schießen gehen, Wandern gehen, was auch immer. Man kann alles machen, okay. Ich wünsche euch in diesem Sinne, Leute, alles, alles Liebe. Bleibt stark, bleibt gesund, passt auf euch auf, ja. Und schaut auch ein bisschen auf die Umgebung, ja. Ciao, ciao.